Werden wir immer noch verfolgt? Ja. Ist er allein? Sieht er rüber? Hat er nur eine Hand am Lenkrad? Wenn Sie etwas hören, das klingt wie ein Schuss. Fahren Sie los. Elegant gelöst. Wir haben kürzlich die Existenz einer internationalen Verbrecherorganisation mit Verbindung zu ehemaligen Nazis aufgedenkt. Es gibt Gerüchte, sie hätten eine Atombombe. Wir müssen zusammenarbeiten, um diese Organisation zu unterwandern. Wir lassen Sie allein, dann können Sie sich kennenlernen. Napoleon Solo. Der effektivste Agent der CIA. Ilja Kuryakin. KGB, jüngster Einsteiger und ihr bester Mann nach drei Jahren. Amerika macht gemeinsame Sache mit Russland. Das könnte etwas ausatmen. Die Sache ist die, ich mach das besser allein. Das mach ich besser allein. Okay. Sie dürfen mal mit. Woher haben Sie die Einladung zu meiner Party? Gestohlen. Ein Dieb also. Ich hoffe, Sie tragen eine Maske. Manchmal. Aber nie, wenn ich etwas stehle. Fingerspitzengefühl ist nicht gerade Ihre Stärke, nicht wahr? Er bleibt so für 20 Minuten. Aber nicht anfangen. Zwingen Sie mich nicht, Sie übers Knie zu legen. Löst auf Ringkampf. Habe ich nicht gesagt. Wollen wir? Komm gut! Fässer, Cowboy! Kein super Tag für einen super Agentenherr. Gehören die hier dir oder mir? Hallo? Dominic Toretto. Sie kennen mich nicht. Aber das werden Sie bald.